Kötig Solar Ladegerät Dieses Solar Ladegerät verfügt über 4 hocheffiziente Solarpaneele, die mit einer extrem hohen Sonnenenergieumwandlungsrate von bis zu 25% genug Energie bieten, um ihre USB-Geräte problemlos aufzuladen. Vergleichbare Geräte verfügen nur über 3 Solarpaneele. Das kleinste auf dem Markt erhältliche Solarpanel Ladegerät entspricht im gefalteten Zustand der Größe einer Geldbörse und ist mit einem Gewicht von 360 Gramm federleicht. Ideal zum Wandern oder wenn Sie mal keinen Stromanschluss zur Hand haben. Allpowers 100 Watt Solar Ladegerät Schnelleres und sichereres Aufladen mit unseren fortschrittlichen Technologien Mit Isolartechnologie einzigartiges Design des Spannungsreglers, um eine stabile Spannung und Strom zu gewährleisten und den schnellstmöglichen Saft zu liefern. Exklusiver Solarregler Aktualisiert mit Solarcontroller 2.0, Dual-USB und einem DC für unterschiedliche Bedürfnisse, der erste Verkäufer, der Dual-USB-Plus-DC-Controller verwendet. Industrietaugliche PET-Kunststoffsonnenkollektoren, die in strapazierfähigem Polyester-Canvas eingenäht sind, sorgen dafür, dass sie den Herausforderungen ihrer Outdoor-Abenteuer standhalten können. Erweiterte Sicherheit Das Solarpanel mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz-Technologie hält Sie und Ihre Geräte sicher. BigBlue 28 Watt Solar Ladegerät Das Produkt hat ein digitales Aupermeter, das die Menge an Amps anzeigt, und einen inneren Chip, der eine stabile Ladung sicherstellt. Mit Micro-USB-Kabel für fast alle Android-Geräte und die meisten DSLRs. Ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Klettern, Angeln und noch viel mehr. Mit diesem Ladegerät steht Ihrem Abenteuer nichts mehr im Wege. Anker Powerport Solar Ladegerät Solar laden mit der Kraft der Sonne Anker, Amerikas führende USB-Lademarke Lade schneller und sicherer mit unserer fortgeschrittenen Technologie Über 50 Millionen glückliche Kunden Strom Ganz ohne Steckdose genießen Freie, grenzenlose Stromversorgung mit grüner Energie Bereite einfach die Solar-Panels aus oder bring sie an deinem Rucksack an, und schon kannst du alle deine Gadgets aufladen. Egal wo, egal wann. Das kompakte Design sowie die praktischen Ösen aus rostfreiem Edelstall an jeder Ecke lassen dich das Solar-Ladegerät einfach an einem Rucksack, Zelt oder anderswo anbringen. Das Leichtgewicht lässt sich außerdem ganz einfach in jeder Tasche verstauen. Langläppig und strapazierfähig Die mit Backpolymer industrieller Stärke beschichteten Solar-Panels sind ein robustes Polyestergewebe eingenäht und bieten widerstandsfähige Wetterbeständigkeit. Zertifizierte Sicherheit, Kurzschlussschutz und Überspannungsschutz garantieren absolute Sicherheit für dich und alle deine Geräte. RAV Power Solar Ladegeräte mit 24 Watt Verabschieden Sie sich von Steckdosen und heißen Sie die Sonne willkommen. Das RAV Power Ladegerät, das mit Sonnenenergie Ihr Smartphone und Tablett auflädt. Leicht und mobil Sperrige Solar-Ladegeräte sind umständlich mitzunehmen, aufzubauen und zu benutzen. Viel leichter ist es mit diesem nur 754 Gramm schweren Ladegerät, das gerade einmal halb so groß ist wie vergleichbare Solar-Ladegeräte, aber genauso viel Energie erzeugt. Und das ohne Extragewicht. Energie für alle Wenn es mehrere USB-Anschlüsse zum Aufladen gibt, kann es zu einer ungleichen Stromverteilung kommen, bei der ein Gerät schneller lädt als das andere. Mit unserem eingebauten Smart-Chip wird der Stromfluss reguliert, wodurch alle Geräte gleichmäßig aufgeladen werden. Hinlegen oder aufhängen Ob Sie es auf den Boden legen, auf einem Baum ausbreiten oder an Ihrem Rucksack mit den vier rostfreien Stahlhaken befestigen, solange es direkt im Sonnenschein ist, werden Ihre Geräte aufgeladen. Wenn Sie draußen sind und sich die Elemente plötzlich gegen Sie wenden, schützt die wasserdichte Nylonbeschichtung die Solarzellen während die Tasche die Geräte trocken hält.